Live aus der Kiez-Attraktion, das Verlies. Hamburgs fesselnde Fußball-Talkshow mit Kiez-Legende Kalle Schwensen und Moderator Michael Funk. Heute mit prominenten Gästen wie Philipp Pavlovich, Peter Ehlers und Dieter Schlindwein. MyBet EU präsentiert Ihnen Kalles Halbzeit im Verlies. Okay, ja, dann freue ich mich ganz besonders, heute einen Fußballer zu haben, der total geliebt wurde auf dem Feld. Und, lange rede ich in kurzer Sinn, Dieter Schlindwein. Nadine, gehöre rein! So, Herr Dienweide deines Amtes, besonders fest, er hat den Namen Eisendieder, wobei wir jetzt schon bei dem Thema sind. Ich weiß jetzt zwar, aber wie kam es zu dem Namen, mein Diener Dieter? Ja, den Namen Eisendieder, den haben wir die Fans verpasst, ne? Ja. Ja, also vorher war das nicht so, in Frank-Fan mit einem Regen-Programm. Und, ja, irgendwann sang sie dann auf der Kurve, es gibt nur einen Eisendieder. Ja, schön, ne? Ja, sie haben ja kein Lied. Ich bin übrigens auch mit dazu, ja? Und als Kalle gerade sagte, dass du immer von allen geliebt wurdest, hat er, glaube ich, die Gegenspieler nicht... Naja, die Zähne nicht passen, Pauli. Ja, die heimischen Fans, die heimischen Fans, die heimischen Fans, die ich erzähle. Ja, was auch, viele wissen ja nicht, ich fange mal gleich mittendrin an, viele wissen ja gar nicht, dass du ein Olympioniege bist. Dass der Los Angeles bei der Olympia-Nationalmannschaft gespielt. Genau, 1984. Genau, Los Angeles. Ein großes Erlebnis, ja. Ich bin auch nominiert worden, und, ja, das war eine tolle Sache, ne? Ich glaube, das ist schon ein besonderer Kick, ne? Ja, das ist was Besonderes, ne? Das war ja auch Anfang, wie war es? Anfang 20, Mitte 20? Anfang 20. Anfang 20, das ist dann bei der Olympiade, ne? Tolle Sachen, ne? Also, man hat ja auch die anderen Sportler in Jürgen kennen. Ja, und das war schon ein Riesen-Ding. Als Fußballer ist man ja bei den anderen Sportarten so ein bisschen der Großverdiener auch. Wir haben ja ganz tolle Sportler, die in ihrer Sportart sehr erfolgreich sind, aber damit eigentlich kein Geld verdienen. Wird man von den anderen, ja, deutschen Teilnehmern dann auch so ein bisschen von der Seite angeguckt? So, ach, die Fußballer, die Profis und... Jetzt bei der Olympiade. Ja, bei der Olympiade. Ja, das war so ein bisschen, wir waren ja damals Profis, ja. Das war das erste Mal, dass Profis zugelassen wurden. Und wir hatten natürlich auch den einen oder anderen Spielern, der das auch ein bisschen raushängen hat lassen, ne? Also, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber... Oh! Das kam nicht so gut an und auch nicht so, ja, verschaden. Ja, ja, okay. Folgendes, du hast ja, ich glaube, ich habe mal zusammengezählt, du hast 300 Profispiele gemacht, ne? 400. 400? Na ja, 180 oder so in der ersten... Ach ja, genau, ja, 400. 180 in der ersten und 214 in der zweiten. Genau 400. Ja, genau, genau 400, habe ich mich getan. Genau 400. Ist eine stolze Summe. Wenn du jetzt drei besondere Partien erwähnt solltest aus diesem großen Zyklus, welche wären das? Das wäre das erste Spiel, das ich gemacht habe. Mit Waldorf Mannheim war das erstes Bundesliga-Spiel mit Merablen zu Hause. Wie ging es auch? 2-0 gewonnen. An dem Tag hätten wir jede Mannschaft der Welt geschlagen. Also, das war unglaublich. Wir hatten so eine Motivation. Und das war unglaublich. Also, mit dem Bebieter, huh? Ja, schlappig. Schlappig, schlappig, ja, genau. Der Lehrer kam an mit allen Stars, und die wussten überhaupt nicht, was los war auf dem Platz. Wir haben die gejagt, 90 Minuten lang. Und es war eine Mannschaft damals, viele eigene Spieler, also von der eigenen Jugend. Und einmalig, ne, sieben, acht Spieler von der eigenen Ereignung, die Deutscher Meister wurden. Und, ja, es war eine tolle Zeit. Zwei andere Spieler, das Spiel, dann das Pokalfinale, ähm, mit der 1-0-Kampfer, 1988, gegen Haftel-Bochum, 1-0 gewonnen. Also, Pokalsieger. Also, wir haben damals, ähm, muss man dazu sagen, das Halbfinale gegen den Deutschen Meister gewonnen in Bremen. Ja, und der HSV hat in Bochum verloren. Also, normalerweise wäre das Finale gewesen, Bremen, HSV, Bremen, HSV. Und deswegen kommt es halt dann manchmal, ne. Verlort, ja. Und das ist natürlich, das ist natürlich ein tolles Erlebnis, wenn du in Berlin dann den Pokal gewinnst, ja. Ganz wichtig, wenn du nicht verloren hättest, dann ist das nicht so schön wichtig. Ist ja klar, dafür spielt man ja. Das ist der Ehrgeiz, das ist eine Kinderfrage. Man muss versuchen zu gewinnen, egal wie auch. Das sind die Spiele, die es ausmachen, ne, und wo du dafür, äh, kämpfst und schweißt. Drittes? Drittes Spiel war in München, äh, auch mit Mannheim. Da war die, die Bayern 12 zu 0 Punkte, Toperfest. Und dann kam beide auf Mannheim. Da kam beide auf Mannheim. Und, äh, wir haben da 2-1 gewonnen. Und ich hab da einen Ausgleich gemacht, also, äh, oder, ne, die, doch den Ausgleich gemacht. Und dann haben wir auch eins gemacht, also 2-1 gewonnen. Ja, das war sehr schön in München, ja. Spiel gewonnen, dann mit dem Flieger nach Mainz, aktuelle Sportstudio, und drei oben links reingeschossen. War alles, alles gut an dem Tag. Wunderbar, wunderbar. Das ist doch schön, das freuen wir uns. Einmal ein Applaus für diese Karriere. Ich weiß nicht, dass Olivia Liegel hat mich so gut an den Brüder. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Ähm, 1989 bist du nach St. Pauling ins Konto. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Damals war der Schorsch Volgert, äh, war, war, war mein Manager. Und, ähm, ich hatte... Der Konto kam vom HV-Ex, ne? Ja, ich hatte mich mit der einen Nacht so ein bisschen beworfen, ich, 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 ja, ein Angebot gemacht, die neue Saison, ich war verletzt, und, und dann hab ich das, da war ich ein bisschen stur dann und hab das nicht angenommen, ne? Und dann, da war ich ein paar Wochen, war ich weg von der Vielfälte, ja, also dann, also arbeitslos, sozusagen. Und, na, ich hab dann aber gedacht, ich warte, da kommt schon raus, ne? Na, das ging jetzt aber doch ein bisschen, und dann, ähm, Mitte August, dann, ähm, hat St. Pauling, aber sie waren letzter, ja, und, äh, der Jens Duwe, damals Innenverteidiger, hat sich Kreuzband gerissen, und die brauchten Ersatz, und die brauchten natürlich Ersatz, und dann, äh, begann die Karriere beim Wetter-Tor, ja, begann die Karriere beim FC St. Pauling. Ja. Ich war, war mir nicht ganz sicher, ob ich das machen soll, aber ich habe lange überlegt, äh, bin ich hierhin gefahren, ich wollte, die Kasse wollte schon wieder umdrehen, ne? Das wäre aber schade gewesen, ja, aber schade gewesen, ja, aber schade, ja, ich hab's schon lange, lange gespielt, ne? Also, ich hab's nicht. Also, für mich bist du, äh, im Gedächtnis als St. Pauli-Spieler, ne? Ja, ja, ja. Ich war zwar, dass du Mannheim, Frankfurt und so, aber, äh, was ich wirklich nicht wusste, bevor ich mich hier vorbereitet habe, dass du bei der Olympiade warst, ne? Also, das fand ich dann schon mal sehr gut, aber damit bist du halt die St. Pauli-Ikone, Eisendüter. Eisendüter. Ich hab, äh, einen sehr guten, äh, bekannten Freund, der behauptet immer, dass du bei St. Pauli, äh, neben ihm gesessen hast, Oliver Speising. Ja. Und, ähm, ähm, äh, von Oliver Speising kenne ich eine Geschichte, ähm, der sagte, äh, die er immer erzählt hat bei uns, und es gab immer ein riesen, riesen Gelächter darüber, äh, äh, du hast immer eine größere Summe Bargeld bei dir gehabt. Und da hat Olli Speising dann, äh, 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 so seine Geschichte gesagt, sag mal, Dieter, wieso schleppst du denn immer so viel Bargeld mit dir rum? Und sollst du gesagt haben, stell dir mal vor, ich werde auf der Reeperbahn überfallen, und nächsten Tag steht in der Zeitung, Eisendüter wurde überfallen und hatte nur 50 Mark. Und, äh, äh, ja, 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 also, äh, das hat immer ein riesen Gelächter. Und, ähm, ja, also, ich hab dich ja jetzt heute das erste Mal so live persönlich kennengelernt und dich so als recht bescheidenen Menschen kennengelernt, und da hab ich dir gedacht, Na, da musst du mal nachfragen, ob die Geschichte auch wirklich wahr ist. Ja, fand ich auf jeden Fall immer riesig klar. Wenn man da fein wird, dann sollte man da was dabei haben. Ja, erzähl mal die Geschichte, warum du so viel gehackert, dass man da dabei hat. Ja, das stimmt auch nicht. Das ist immer relativ. Ja, ja, das hast du ja auch gesagt. Das ist alles relativ. Das ist immer relativ. Ja. Themawechsel. Bestimmt nicht deswegen, dass ich da gefallen wollte. Aber ich fand die Story, ich hab die auch gehört. Die hat uns hier erzählt und das fand ich natürlich sehr lustig. Das fand ich gut. So, ja gut, das hat Style irgendwo geschehen. So lange her, das kann sein. Hast du bei St. Pauli auch unter Uli Maslow gespielt? Ja, ja. Uli Maslow kam irgendwie aus einer Station, irgendwie aus, keine Ahnung was, Afrika oder... Ja, ja. Und hat dann ein komplett neues Spielsystem am ersten Tag euch vorstellen. Ja, das war so ein Exot. Also Uli Maslow, Katastrophe. Erzähl mal. Der hat, ja, der wollte ein neues System spielen. Die Viererkette damals, ja, das war ja ganz neu. Und, ja, aber wir haben das nie einstudiert. Der hat einfach nur gesagt, ihr vier spielst da hinten auf einer Lehnung. Ja. Dann haben wir gegen Kaiser Saulan gespielt, acht Tage vor Saison. Und die haben 7-0 gewonnen hier. Dann haben wir gesagt, Rainer, ich glaube, es ist besser, wir spielen da so, wie wir immer gespielt haben. Es wurde auch erzählt, dass Uli Maslow kam und sagte, wir haben jetzt ein ganz neues System, ich habe da was kennengelernt, das ist, also, das können wir auch und wir spielen mal 4-4-3. Und dann kam irgendwann die Frage, Trainer... Ich bin der Torwart, ne? Ich bin der Torwart. Natürlich, natürlich, ja, ich bin hier in Hamburg. Ich bin aber auch in HSV, also ich bin noch mehr HSV-Spiele gesehen als in St. Pauli-Spiele. Da treffen wir uns auch mal, wie gemeint. Genau, das ist wichtig, ja, dann. Ja, ja, ich mache im Moment, bin ich bei Hannover 96 oft, bei Fußballschulen, ja, da machen wir mit Kindern drei-Tages-Camps, so von Freitag bis Sonntag, in Beinheiten. Auch in den Hause in Tirol, oder? Ich habe dich ja erreicht, wenn du aus dem Tirol erst hier telefoniert hast. Genau, auch im Ausland und ins Deutschland. Ja, und ich mache das auch privat und Vermittler und, ja, so ist das so mein Ding. Das ist ja so. Du hast ja auch die A-Lizenz und so. Ja, ja, das war ja. Ja? Könntest du dir vorstellen, erstmal mal einen Verein, äh... Ja, ich glaube, der Zug ist jetzt abgefahren, das ist auch zumindest im Profi-Bereich. Ja, okay. Ja, aber ich dachte, zu lange raus bin jetzt. Ich weiß ja, du musst immer to-date sein, du musst immer mal deinen Kopf im Fernsehen haben, und was ist das. Muss ich auch nicht haben, ganz ehrlich gesagt. Ich bin so zufrieden. Wie ist es, wie ist es, wenn du in Eigenverantwortung bist, dass es nach hinten los geht, wie bei unserem gemeinsamen Freund, Bernd Hollerbach. Na? Zum Beispiel. Na, schade. Guter zweiter Mann gewesen, neben Magath, aber so selten das ganze Ding. Schwer. Ja, aber kam da, ist natürlich auch schwierig gegen ihn gewesen, dass er in so eine Mannschaft bekommen hat. Also, das war ja nicht, wo es überhaupt nicht lief. Ne, das stimmt, das ist schon. War schwierig. Dein letztes Spiel, dein letztes Profi-Spiel. Das hat lieber nicht so wie gewünscht, oder? Passiert. Wenn man irgendwann leidiger ist, ne, dann kriegen wir auch noch eine Rode-Karte. War wegen Großarmigen Gladbach, weiß ich noch hier, letzte Spiel von mir. Tja. Stürmer läuft ja rüber und bleibt am Schnürschenkel langer hin. Ja, siehst du, da haben wir das hier. Ja, aber es war ja. Ja, ich sage ihn, der war mir schuld. Ich konnte nichts dafür, da ist er mal am Schnürschenkel hingewiesen. Genau. Der war auch so weit hochgestanden, da habe ich schießt, ich dachte, hier, guck. Aber noch nie kein Beständnis her. Das war war, in welcher Saison? Weiß ich das nicht. Das war in der Saison 96. Das ist aber dann mit Abstand die längste Rutschbäre, bis heute. Naja, war letztes Spiel. War letztes Spiel. Letztes Spiel, das ja. Naja, war da eigentlich Maslow war Trainer und der hatte nur drauf gewartet. Muss ich ganz ehrlich sagen, der hat nur drauf gewartet, wie sowas passiert. Das ist natürlich nicht schön. Hast du irgendeinen Schiedsrichter in Erinnerung, der besonders gut war oder besonders schlecht war? Naja, der war zum Beispiel schlecht. Als knallharter Verteidiger ist das ja immer... Nee, eigentlich bin ich nicht mit dem Schiedsrichter in Erinnerung, so kurz zurückgekommen. Aber da gab es keine Antworten. Wie siehst du denn jetzt so die... Weil du hast lange gespielt, verfolgst das. Wie siehst du denn so die Zukunft vom FC St. Pauli? Wie meinst du, hat eine korrekte Chance aufzusteigen und sich dann auch, wenn sie es wieder schaffen, aufzuhalten? Ja, das ist glaube ich nur in der Momentaufnahme. Schön für St. Pauli natürlich, dass sie mal vorne wegmarschieren. Aber ich glaube nicht, dass am Ende der Saison, dass sie da unbeweist sind. Glaube ich nicht. Aber gut, St. Pauli, ich glaube, die wollen auch gar nicht. Die wollen gar nicht, die wollen in der zweiten Liga da mitspielen. Ich glaube, das reicht. Ich finde es ja schade. Ich bin ja immer so leistungsorientiert. Das ist ja das Schönste, wenn wir mit der HLV in die HLV und St. Pauli steigen beide in die erste Liga. Also für eine Weltstart. Es täte gut und wir haben sie ja schon zweimal gehabt, wo sie in der ersten Liga spielen. Und ganz Deutschland hat sich gefreut, weil St. Pauli hat immer noch dieses Freuden aus der Nation. Es gibt ja schon wenige Vereine, die so ein positives Image haben, auch bei den Gegnern. Genau. Also von daher, aber auch vom Potenzial her, müsste normalerweise St. Pauli auch in der Bundesliga spielen. Sehr gerne. Wenn Freiburg in der Bundesliga spielen, Mainz, dann kann St. Pauli auch spielen. Das meine ich auch. Das meine ich auch. Also die Hoffnung ist da. Wir müssen mal sehen, wie die HSV heute gespielt hat. Ich weiß es jetzt noch nicht. Und gestern waren sie noch Erster. Deine Meinung jetzt zum aktuellen Thema. Bayern München mit ein paar anderen internationalen Topclubs. Eine eigene Liga. Nein. Also. Das glaube ich nicht. Das geht auch gar nicht. Wieso das denn gehen? Kannst du nicht die Bayern oder die Dortmunder aus der Kondensilie rausnehmen? Das funktioniert nicht. Aber das sind schon perverse Vorstellungen, die da der ein oder andere, ich sag mal nicht Fußballfan, sondern Geschäftsmann, dann an den Tag legt. Und das Statement von Andreas Rettich fand ich dazu sehr gut, was da heute auch ruf und runter lief, dass es sowas eigentlich nicht geben dürfte. Und dass es nicht alles nur Kommerz sein darf und dass man einfach mal an die Basis reken soll, die wir ja hier auch eine Sendung machen, für die Fans, die das ja auch alles irgendwo bezahlen. Und als ich es in der Tagesschau gehört habe, Bundesliga ohne Bayern oder ohne Dortmund, das hört sich so an, als wenn Weihnachten in diesem Jahr am Freitag den 13. stattfindet. Naja, man soll sich überstapazieren, weil, wie gesagt, die Fans, dass irgendwann bleiben sie weg. Irgendwann sagen, jetzt haben wir genug. Und dann könnten wir verlieren und reingespiteln. Aber ich glaube, dass das eher von den Medien hochgefuscht wurde. Und gerade jetzt, weil Bayern sich einmal wirklich diese, muss ich sagen, ich bin ja auch Bayern-Fan, aber die sind Dummheit erlaubt haben mit dieser Pressekonferenz. Jetzt wird natürlich alles gemacht, was dann hier negativ ausgelegt wird, zum Beispiel gegen Rummenigge und Bögen-Höneß. Und weil, ich meine, ich hätte die Pressekonferenz auch nicht erwartet, aber ich glaube nicht, dass sie so weich sind, zu glauben, sie könnten sich aus der Bundesliga rausnehmen und der Fußball in Deutschland würde weiter funktionieren. Das geht nicht. Nee, ich glaube, da müssen wir keine Angst haben. Nee, das ist doch schön. Dieter, was ist so dein Ziel oder was ist dein Denken zum Beispiel, jetzt über St. Pauli gesprochen. HSV, haben wir nur alle gesehen, drei Saisons gehabt, die grottenschlecht waren. Und ich habe mir jetzt dieses Jahr vorgenommen und habe bis jetzt eingehalten, nicht ein Wort wieder gegen oder für den HSV zu schreiben. Ja, weil die sind schon zugebeutel, das muss man nicht noch reindrehen, wenn sie am Boden sind. Glaubst du an den Wiederaufstieg? Ja, klar. Also direkt, meinst du es funktioniert? Nein, es wird schwer, nicht aufzusteigen in dieser Liga. Nein, ja. Ja, das ist so. Also wenn sie das nicht schaffen, dann ist noch samabler als der Abstieg. Nein. Also in dieser Liga musst du aufsteigen. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Ich bin sowieso dafür. Und wie gesagt, ich würde auch gerne St. Pauli in der ersten Liga stehen, weil hätten wir jedenfalls die Stadt für den Leben. Es wäre für alle gut. Das wäre ja schon das auch. Wenn beide aufstehen. Ich sage, es wäre für alle gut. Jede Woche, das wäre ja die Hälfte. Das ist ja ein ganz gutes Kino. Wir haben es ja heute hart. Aber da haben wir auch vergessen. Ja, 100 Prozent. Dein Herz, für welche Mannschaft, für welchen Verein schlägt dein Herz am größten? Ach, ich muss ehrlich sagen, ich bin neutral. Also ich habe jetzt nicht... Klar, natürlich für die Vereine, wo ich gespielt habe, da sehe ich das auch gerne. Wenn ich dann nicht gewinnt. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt in St. Pauli, in Herzbau oder an der Frankfurt. Ich bin froh, wenn ich schöne Spiele sehe und wenn alles gut läuft. Das ist okay. Es waren auch sehr diplomatische Antworten. Also das ist ja eigentlich schon mal auch eine gute Beserbung für vielleicht einen Trainerposten. Da muss man ja auch oft sehr diplomatisch sein. Also von den Fußballerischen und Trainerfähigkeiten, die erfüllst du alle. Und ja, von uns schon mal, wer hier festgebunden so diplomatische Statements abgibt, der sollte vielleicht auch mal das Interesse bei dem einen oder anderen Profifahren auch mal wecken. Denn nicht alle jungen Burschen, emotional jungen Burschen, die sich dann da am Spielfeldrand und in dieser Medienwelt präsentieren, die zeigen so viel Demut. Und ja, das gehört, denke ich mal, heute auch in den Profifußball noch. Ich bin sogar so gut, wenn solche Recken jetzt, das heißt wie du oder wie Manni Kalfel, man hat ja gesehen, man magert, was für einen Erfolg er gehabt hat. War ja auch schon ein Publikumsliebchen gewesen und eine Qualionsfigur. Und wenn solche Leute wie du oder man hat auch bald mal hier, hier ist bei St. Pauli hier, Stanislavski gesehen, was der für einen Rückhalter hier in der Stadt Hamburg hatte, für diese ganze Geschichte. Und deswegen fände ich jetzt, ich persönlich fände es gut, dass wir irgendwie doch sicherlich mal dazu entschließen würden, dass auch mit fortgeschrittenen Alten noch mal zu engagieren. Weil ich glaube, wir brauchen kandige Leute, die selber was richtig Großes geleistet haben, auch im Spielfeld, das hast du zweifelsohne. Und dann gehen die Fans auch mit, dann ist auch eine andere Geschichte da. Das ist, was mir jetzt hier so beim FC St. Pauli bisschen fehlt. Der zwar jetzt, naja, mäßigen Erfolg, das zu Hause immer zu verlieren, das gehört sich eigentlich gar nicht. Aber das fehlt mir bei dem jetzigen Trainer ein bisschen, das Ganze, dass da die Fans dahinterstehen. Also das muss ich ganz ehrlich so sagen. Weil das zusammenfragen ist natürlich so der Fall, die sagen, okay, schön, wenn es gewonnen ist, aber dass die so gefeiert werden, wie ein St. Stanislavski oder Magath und solche Geschichten alles, oder Doll, die wirklich von den Fans getragen wurden. Und sowas fände ich viel cooler. Wir brauchen, wir sind in Deutschland, die haben 84 Millionen Einwohner, da wird es auch mal 18 Trainer geben, wenn ich jetzt die erste Mannschaft. Da muss man nicht jetzt auch's landieren. Schauen wir mal an. Schauen wir mal an. Okay. Ich freue mich. Ein Applaus für Dieter. Ich habe jetzt hänglich gesagt, ich muss dazu sagen, Dieter war wirklich eine meiner ersten Wunschkandidaten. Und es hat jetzt zehn Monate gedauert. Ja, ne, ne, neun Monate. Wir fingen ja im Februar an, bei der erste Montag, war der erste Januar. Da wollten wir die Leute ausschlafen lassen. Aber ich bin froh, wir hatten den ersten Spiel, hatten wir Manni Kiles, auch ein großer Wunschkandidat von mir gewesen. Jetzt Dieter, perfekt, wunderbar. Jetzt weiß ich, jetzt müssen wir nächste zum Abschluss gehen, nur noch Uwe Seeler. Ja. Ja, perfekt, ich so. Halt, ich bin mir nicht. Ich muss mal am Beständen. Ja, solange es noch geht. Okay, dann bedanken wir uns recht herzlich bei allen, die hier waren. Ich sage Nadine, wir freuen uns dann wieder. Applaus, 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 Applaus. MyBet EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten Drei-Sterne-Apartments. Modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen. Trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBet EU. Jung, sportlich, fair. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.